einer fehlt noch genau jetzt schlafen wir dann müssen wir die nacht nicht warten oder wir kommen mitten in der nacht machen wir wieder auf ok cool aber ich habe eh hunger die machen wir nachher denn es lass die steine erst mal wir brauchen noch mehr als genug steine glaubt mir einer fehlt noch ja ich habe ich habe noch nie liegt auf dem boden so kann man jetzt kann ich hier zeug ranhängen zum trocknen genau und dann irgendwann können wir es essen alle davor steht lecker das dauert noch jetzt heißt weile bis man es essen kann wir brauchen ein paar kannibalen ja was hinhängt was willst du wohin hängen hier in dieses ja mit c drück mal ja hast du von dem tuch unten rechts hast du da irgendwas fleischmäßiges luft habe ich da ja das ist ja genau das ist fleisch dann kannst du mit c einfach so aufhängen so lange rum gucken muss der c irgendwo steht anstatt e ich habe noch was vollkommen wichtiges vergessen was dann dass wir erst mal ein bisschen licht haben wird später abgerissen da kommen pflanzen rein bald also sobald ich ein paar samen habe mache ich da ein paar rein ab wann muss ich sowas essen was denn generell ab wann sollte ich immer was essen sobald dann x ist ich habe eigentlich den kopf da habe ich da bestimmt hingelegt ich habe gerade als er liegt ja das fleisch stück hast du weil so habe ich keine immer hier und komm mal kannst jetzt gedrückt halten bis dieser kreis sich schließt sozusagen ja dann machst du so machst das feuer an ok ja warum fühlt sich meine ausdauer nicht mehr so weil du langsam erschöpft bist dann musste darum habe ich die bank gebaut dann kannst du dich da hinsetzen wo ist denn hier eine bank so jetzt muss ich warten bis das ding voll ist oder was genau jetzt haben wir auf jeden fall ein bisschen licht hier drin er kokelt den baum da an wir gehen hoch wir gehen hoch wir gehen hoch alle hoch hier wie macht man das eh ans seil ran ich brenne ihr habt der steine und sowas dabei ne setzt der steine mal hier bitte rein wo rein perfekt noch nicht anmachen was waren da jetzt gerade was uns angegriffen hat das glaube ich war ein ureinwohner wo ist denn der jetzt hier steht ja gar kein bett nein aber du kannst hier trotzdem drin schlafen hier hinten in der ecke die kommen hier nicht hoch ne die kommen hier nicht hoch aber die können monotop cocktails hochwerfen ne ja gewinnig du lachst mike das ist überhaupt nicht witzig gewinnig eine stein baumhütte bauen nein wann ist der weg ja der ist schon weg wir können jetzt eigentlich kann man irgendwie schnell switchen zwischen axt und anderen dingen ne also nicht der ich wüsste ähm kommt mal her will jemand ein gummi bär ja kommt mal her und drückt mal hier alle z z gedrückt halten bis da dann eins von drei oder zwei von drei einer fehlt noch genau jetzt schlafen wir dann müssen wir die nacht nicht warten oder wir kommen mitten in der nacht machen wir wieder auf okay cool aber ich habe eh hunger oh jetzt habe ich auch Hunger ich auch muss ich jetzt runter gehen ja ist da was was ich essen kann ne du kannst es aber nehmen owa hier brennt wo habe ich noch was vielleicht im inventar ja ihr könnt da ruhig fleischstücke runter nehmen wo sehe ich denn hier äh also ich brauch so da ich gehe wieder hoch brauche ich denn was zu essen rechts unten rechts unten habe ich nichts ja dann gehst du jetzt an diesen komischen ständer holst den fleischstück mit e ab und das öffne ich jetzt oder mit ne dann kommst du hoch und legst es mit ans feuer mit c ja ne du hast jetzt grad meins genommen man du dreckiges stück scheiße hab ich das ja ja wo ist denn das jetzt so hast du zum Glück wieder abgelegt hey wo ist mein fleisch jetzt alter wo sind die viecher was war denn das so ein geräusch gerade die rennen hier unten schon wieder rum wo ist denn mein essen jetzt hin ja wo ist mein essen da liegt doch noch eins wo denn ach da da liegt sogar noch eins da hinten läuft er da hinten also da komm ich hab molotov cocktails dennis da steht in deinem haus drinne echt stimmt der wichser ist in mein haus der ist rot dann verprügelt den da ist er warum hast du eigentlich da so komischen roten fleck am arsch wer du keine ahnung ich bin bei paintball verloren ist das du denn, hotdog ne ne molotov cocktail mike kannst du mal bei diesen behinderten steig aus der hand rauslegen ey das sieht so affig aus guck ihm an guck ihm an das sieht so affig aus es sieht aus wenn er in den steig gleich reinbeißen will nom 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 steinbeißer ich geh jetzt da runter und verprügeln den wichser wo ist denn der dort oder rechts bei dem reh oder na warte ich zeig's dir mal da hinten er zündet sich an cooler typ jetzt wirft bloß nicht in mein haus wie viel schläge braucht man bis man einen tot gekriegt hat etwa 400 millionen alter du brauchst übertrieben viele schläge um ihn zu töten ich glaube wir können langsam wieder schlafen gehen oder? ne bei mir sind beides x hier ich muss was trinken ja nimmst den soda und du legst dir jetzt was hier auf den grill ich sehe nicht mehr ach da bist du ja wie viel sind es denn jetzt eigentlich hast du es gut gekriegt? ich sehe nur einen der die ganze zeit rumhampelt ich glaube ich gehe jetzt runter und greif den mal an aber der wird mich zuerst töten ja wir brauchen das vielleicht bis es durch ist nicht so lange es sind zwei gut dann gehen wir definitiv nicht runter ich glaube das sind sogar kannibalen ich weiß es nicht ich verwechsel die immer ey ganz ehrlich wir haben gerade angefangen und wir können schon nichts mehr machen weil wir so ne wichser sind ja tags die kommen ja nicht tagsüber darum baue ich ja als erstes auch ein baumhaus weil du dann safe bist you know also wir müssen die beine abhacken dann haben wir was zu essen ne daraus mache ich knochen und baue mir eine rüstung alter was ist wenn ich jetzt hier speichern oder was ja soll ich das hier mal soll ich das ding jetzt hier gerade mal richtig schön dekorieren? ich zeige euch mal was jetzt guckt ihr auf den boden ja boah jetzt hier ein fußabtreter alter übergeil wie hast denn das gemacht? mit dem zauberbuch richtig und weil ich eine rehhaut hatte langsam wird es wenigstens wieder Tag hä? wie baust du denn sowas? was willst du denn wissen? wie das buch funktioniert so du hast am Anfang im oberen Reiter ja das ist basic fire das standing fire das bonfire und das fire pit ja das fire pit ist das gute lagerfeuer das was wir jetzt unten und hier oben haben ok es hält am längsten ach dann klickt man da drauf und dann kann man das irgendwo platzieren ja? genau und darunter steht was man alles braucht um das zu basteln genau so dann wenn du jetzt eins weiter gehst unten rechts zum beispiel drauf klickst dann kommst du auf zelte ja dann siehst du da zwei zelte und rechts siehst du zwei hütten hm die kannst du einfach irgendwo hinsetzen und mit R drehen und so weiter was ist das baumaus jetzt für ein Teil? das ist ein bisschen wesentlich viele klicks weiter und das ist Alter wann verpissen die sich mal? bei dem Symbol mit dem Fenster da oben und davon auf der fünften Seite ich geh jetzt hier runter die sind immer noch da ne? ne die schlafen beide schlafen wo denn? naja jetzt sind sie wach ich prügel den jetzt hier zu Tode naja er hat nen Zahn fallen lassen ich hab hier nen Zahn rausgeschlagen hier ist der nächste wixer komm her Junge wegen dir musste ich drei Stunden Bahn fahren heute stirb so jetzt kommt das wichtigste Beine packen Leichen mitnehmen mit E aufsammeln und mitnehmen äh wo sitzen denn die Leiche? wo bringen wir den hin? hier hin und dann wird so lange auf diese Gliedmaßen gehauen bis die ab sind Huch! Bein es ist einfach so witzig so und wenn man diese verstummelten Körper nicht im Lager haben will schmeißen wir den weg was macht man jetzt mit den Körperteilen? die sammeln es jetzt aufs auf jeden Fall aufsammeln so machst du da ne Kerze da draus aus deinem Kopf? ja ok kann ich jetzt hier alle Gliedmaßen bitte hier auf das Feuer legen aufs Feuer? ja mit C oder was? genau alle Gliedmaßen jeder der jetzt Gliedmaßen hat drauf legen ja wann packt er die wo sehe ich das? wenn sie im Inventar raus sind und dann liegen die jetzt hier drauf genau und irgendwann werden es Knochen oder halt Totenköpfe was muss ich drücken? ich dachte wir essen die nein ach so schon vorher schon voll oder? mehr passt nicht drauf ja aber dann braucht man ja gar nicht mehr so lange um die zu töten ne? ging echt erstaunlich schnell ich habe auch eine Ewigkeit nicht mehr gespielt so ähm baut ihr da weiter das Zeug? ich fange an mit Mauer bauen ja wir haben nicht vor eine Mauer zu bauen doch wir schon ok ok Pilze sollte man nicht essen ne hier liegt ein Laptop ja hau mal drauf auf den Laptop dann kriegst du so ein Elektronikteil richtig? ja mitnehmen die ganze Bombe bauen ne? richtig meine Fresse kenn ich mich aus in dem Spiel suchtiii